Herzlich willkommen zu Diagramme mit Excel. Die Videos, in denen ich dir zeige, wie du mit der Software Excel Diagramme erstellen kannst. Dies ist ein Mathematik macht Freude Freunde Video und ich bin die Katharina. Am Ende dieses Videos kannst du dann ganz alleine ein Seulendiagramm erstellen. Wenn wir Zahlen lesen müssen, dann ist das ein bisschen anstrengend. Schau mal, ich habe dir da eine ganze Liste von Zahlen hergelegt, das Team Baltiger, die U14 vom Team Baltiger, das sind die vielen Buben da und die habe ich abgemessen. Ich habe mal geschaut, wie groß sie sind und dann wollte ich schnell mal wissen, welcher ist eigentlich der Größte. Wenn ich mir jetzt diese ganzen Zahlen anschauen muss, nur damit ich herausfinde, welcher von denen der Größte ist, dann ist das furchtbar anstrengend. Da ist es doch viel leichter. Ich sagte ihnen einfach, sie sollen sich doch bitte aufstellen, weil jetzt brauche ich nur mehr hinschauen. Und da sehe ich, ah, der Philipp ist der Größte. Das war jetzt viel einfacher. Und genau das machen wir, wenn wir ein Diagramm erstellen. Wir stellen die Zahlen nebeneinander hin. Und wenn wir die Zahlen so schön nebeneinander hingestellt haben, dann ist es für uns viel einfacher abzulesen, wer ist groß, wer ist klein, wie groß sind die alle überhaupt, zwischen 150 und 200 Zentimeter groß in diesem Beispiel. Und das fällt uns viel leichter, als so einen Zahlenhaufen durchzulesen, von vorne bis hinten, nur damit wir so ein bisschen was herausfinden können. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Das, was du schon wissen solltest, ist, wie du deinen Computer startest, wie du das Programm Excel startest, wie du dann in diesem Programm eine Datei speicherst und eine andere Datei wieder öffnest. Und du solltest ein bisschen wissen, wie man darin Daten eingibt. Wenn dir das noch schwer fällt, schau dir das Intro-Video noch einmal an. Ich habe hier ein paar Daten für dich hergerichtet. Körpergröße und die dazugehörigen Namen. Und die wollen wir jetzt darstellen. Nur, wie geht das? Ich markiere mir das alles. Die Zahlen selber und dazu eine Überschrift und eine Spalte mit den Beschriftungen. Das alles markiere ich mit der Maus. Und jetzt taucht rechts unten so ein kleines Icon auf. Das heißt Schnellanalyse. Das heißt, Excel sagt, ich kann da was ganz, ganz schnell für dich machen. So, ich klicke da drauf. Und schau mal, da gibt es ein paar Vorschläge, was wir machen könnten mit den Daten. Und da gibt es schon Diagramme. Wenn ich da draufklicke, gibt es ein paar Vorschläge und den ersten klicke ich an. Und das Ergebnis ist mein Diagramm schon da. Das geht ein bisschen schneller als Diagramme mit Lineal und Bleistift zeichnen, oder? Was habe ich gemacht? Die Daten markiert. Und zwar die Zahlen, eine Überschriftszeile und eine Beschriftungsspalte. Rechts unten auf Schnellanalyse geklickt, dann auf Diagramme und dann das erste einfach ausgewählt. Und damit war ich auch schon fertig. Probier es selbst aus. Starte Excel, erfasse Daten, Namen und Werte zum Beispiel, so wie im Intro gezeigt. Und stelle deine Daten dann als Diagramm dar, so wie du es soeben gesehen hast. Drück auf Pause, löse die Aufgabe und wenn du fertig bist, klick auf Weiter. Diagramme sind leichter zu verstehen als Zahlenreihen. In Excel gibt es Werkzeuge dafür. Und den ganz schnellen Weg haben wir kennengelernt. Die Daten markieren, dann auf Schnellanalyse klicken und einfach einen passenden Vorschlag auswählen. Ich freue mich, wenn ich dich beim nächsten Video wiedersehe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020